Ich bin bereit für den Krieg! Komm, ich schau den aus, das ist drum. Hier nicht, oder? Keine bisschen beschädigt. Holt da die Stellung! Schau, oder? Muss halten. Er zermördert den Baum. Sie sind noch nicht rum. Ohne wenige, den du eine haust. Sog du das so. Der Plan gut. Im meiden Fall ist er nicht gut. Den schick ich doch hier, oder? So drückt er mich nicht. Wegen den Fiesen. Endlich! Unsere Fallschirmjäger werden ihnen die Hölle heiß machen. Die Crowds werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Die Hölle heiß? Hallo die Hölle! Manuel Küken, also... Bruder, steh mir auf doch. Ja! Der Pänteschü! Mitten in den Offensivwürden. Wen haben wir noch? Der Lanza Karl! Junge, ich möchte mal nicht. Der möchte Granaten um. Ich vermute mal, wenn ich in dieser Oberhalte grebe, einen Luftklok. Man muss gerade einen geben. Schau! Der Licht! Der Schau! Für unser Onkel Sam! Wir haben eine strategische Position eingenommen! Ja, Sir! NG! Er geht unter! War nicht genau hergesiegert! Er wird ein Moment lästig! Du erinnerst oder was? Die Holzfäller-Nazis! Er wird ein Ranger! Jetzt hätt ich dir eine Karre versorgt, oder? Aber die haben bestimmt Panzerabwehr, oder? Dort die Parkschule! Ein Sekt mit dir da? Wenn ich da herfah, eher nicht, oder? Wenn ich schicke jetzt... Wo steht denn? Drücken rund um! Direkt Feuer! AIM ist in der Riechzone! Grenade! Aufhören! Wir sind bereit für den Kampf! Für die Mordelands! AIM ist in der Riechzone! Beteiligt die Stellung! Sie drückt genug! Zu Hunderten! Oh Scheiße! Bonte Vier! AIM ist in der Riechzone! Kumpelhutig! Bete Granate! Aufwoll! Wo das Uhr! Was ist glücklich und unglücklich? Eppel da, wo vor dem der Blatt? Der Plan war, dass die Ding kaputt ist. Ich habe die Ekepte erschossen, wenn du wirfst. Ich hab das Auto gek上rich. Ich schreien die Maschine. Ich habe das Auto. Ich habe es doch nicht geschlagen. Ach, das ist der Fall. Hm, doch. Der dritt bin ich, oder? Hat die Empfehlung. Der ist gut. Gebt ihr. Obwohl. Wenn er geht, dann ramm ihn ab. Geht, dann ramm ihn ab. Geht, dann ramm ihn ab. Besser, wie kommen wir noch mal? Eine Verstärkung. So ein Panzerjäger. In Überkehr, wenn du dabei hast. Verstärkung eingetroffen. Bei der Wege wieder. Passt. Feuer ist in der Rechzone. Feuer ist in der Hölle. Feuer ist in der Hölle. Feuer ist in der Hölle. Komm ich da in den Zentrum. Hättet ihr die Unterstützung sein. Da drinnen. Feuer ist in der Hölle. Geh her im Mörser. Geh her. Doe er in, ha? Geht es auch gut. Feuer ist in der Hölle. Feuer ist in der Hölle. Geh her. Geh her. Geh her, Herr. Geh her, Herr. Bei der frischen Männer. Da sind sie. Und die hätte ich uns gerne. Eigentlich gewundert. In gerubter Stellung. Der Töbel lümmelt mir das Kippenfahrzeug. Wird nimmer. Wobei immer noch schön. Da hinten im Holzstoß, sagt er, wir nimmer, oder? Da hinten stehen sie, die Fliegen. Panthers kann in Sicht. Jetzt, wenn ich den da hinschicke. Der Plan gut. Ja, nimmer, oder? Da meine Knallen schnuppen. Ich geh mir einfach ans zweiten Panzer. Ich meine, einen Panzer brauchst du nimmer. Wenn es mir ernst wird. Verstärkung eingetroffen. So, die Herrschaften. Wo schiebt man die? Halbom, die war gut. Tolle Tickung. Geht den Bann? Da geht die schon mal. Ja, komm mal hin zum, ja? Dann gehen wir von vorne. Jobwechselung. Mehr ist er? Haben wir drei bei dir? Ich will nicht sterben! Get it, Sir! Yes, Sir! So, wir sind der Bann dafür. So, geh an den einsam. Da musst du mich nimmer. Wenn es schon geht. Yes, Sir! Hätt den Takt. Ne, guter. Gott, der Blöden, dann nehm. Hätt den Takt. Hätt nimmer. Hätt den Takt. Lädis, komm mal gezogen. Und gerobbt. Damn you! Hier they are! Fire! I don't have rounds. Hätt den Takt haben wir. Die schick ich nur da hinten. Verstärkung eingetroffen. Granaten. Jawohl. Geht er noch? Ne, guter. Kann er nicht mehr gehen. So, die Doki rumpeln hat, kann er nicht mehr funktionieren. Bei der Panzerführer in den eigenen Rennen. Pflanzen wir da hinten. Der Schlamaten da ründet, bei den Holzfällern. Eine Granate gewählt, damit wir herzuspringen. Der Schlamaten da ründet, der Schlamaten da ründet, der Schlamaten da ründet. Wir haben eine strategische Position eingenommen. Die dachten wohl, sie könnten hier einfach gemütlich rumsitzen und auf uns warten. Dann sollen unsere Piloten Ihnen mal zeigen, dass das ein gewaltiger Irrtum ist. Der Irrtum, der schlug gleich. Aber gewaltig. Der geht da, du wirst. Komischerweise. Luftangriff beginnt. In Deckung! Höterer, dreht nur die Position. Hat mir den Monster. Aber Freunde, die Hütte brennt. Oh, Ladies, ich hoffe, wir sehen. Da vorne vier, droppt du. Aber auf jeden Fall, geh. Wenn die zu vier packen, hä? Heu, die geht nicht hin. Let's go. Yes, Sir. Weiter, wir umdurch. Ähm, die Stellung. Yes, Sir. Wohin, ich rutsch. Rutsch, rutsch nicht. Wenn er so weit kommt. Lennis, rottern. Komm, jeden Preis. Sie kommen! Aha, jetzt gibt es. Verstärkung eingetroffen. Ich habe es, Herr. Ja, Herr. Jetzt will ich den Buben da fürgeschütteln. Ich glaube, das wird ihn besser. Wenn du ein bisschen EMG-Unterstützung, gib ihn schon. Ich werde nicht da auf den Eis. Kann ich da hinbrechen mit den Panzern? Das ist mein Ranger. Wer kann dir direkt einen Duhlbrecher? Wenn du bist du hierher vor? Die Turb-Ons-Abwehr? Irgendwelche Packs? Hörten kommt er ja auch da auf, da, geh. Ist er die Pack drin? Eher nicht, oder? Sehnt einmal nix. Ich habe es, Herr. Bumm, auf, Luna. Er räumt ein bisschen auf, geh. Die Stellung war leicht, he? Ein Kinderspiel. Aber da hinten wird noch horrig. Verteidigt mit dem, wie wir von der Orte auch da. Bei der Luftglock ist er bereit. Wir haben eine strategische Position eingenommen. Als Belohnung für Ihre bemerkenswerten Erfolge, stellt Ihnen das Bataillon zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Ressourcen, Herr Badeff. Da sind Sie. Nehmt Sie unter Feuer! Friert auf die Info! Trenn dich nieder! Trenn dich nieder und hält die Stellung, oder? Begrat ein bisschen lästig. Luftangriff beginnt. Entdeckung! Trenn vor dem Mann! Trenn dich nieder! Trenn dich nieder! Trenn dich nieder! Trenn dich nieder! Ich habe zwei Panzer-Für. Bummit, mach ernst. Panzer-Abwehr. Jeder von gleich mit Deckung. Wenn er so weit kommt. Bum, die Garni brennt. Verstärkung eingetroffen. Ich will mir behaupten, es war der Stuck. Haut der Ferne. Oder die Pack, je nachdem. Hey, Pau! Let's get the fire. Get ready for the fight! Wenn du noch den Truppen fährst, du hast es aus, Tore. Respekt. Get ready for the fight! Got it, Sir. Hooray! Geh mit deinem läppischen Skippen-Vortag. Komm auch gleich. Da reiten die Garni-Kuli. Schüttel brennt. Wir sind noch nicht verrundert. Komm, bitte, Garni. Jawohl. Nein.